Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu See of the East zusammen mit dem Lukas. Hallo. Wir brauchen Schätze. Unsere Schaufeln rasten schon aus. Okay, dann fangen wir doch mal an. Was war denn die Karte? Das war die hier. So, wir sind auf der Buckelseite. Ja, das ist der Stein, oder? Ne, doch, das ist der Stein, oder? Ne, wir sind auf der Seite. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind auf der Seite. Dann nehme ich mal kurz den kurzen Wink. So, genau. Da muss ich noch ein bisschen da hoch und dann habe ich auch den ersten Schatz direkt schon vor mir. Und zwar genau hier. Oh nein, ich hätte aufhören sollen. Hier habe ich auch schon wieder Kisten, da werde ich vielleicht mal plündern. Plünderitis. So. Ein paar Bretter und Kugeln. Ausgezeichnet. Schatz Nummer eins von acht. Hoffentlich reicht das hier runter. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe einen anderen Schatz gefunden, als ich eigentlich. Ah, ne. Da, wo du bist, musst du jetzt graben. Da, wo du gerade schaust. Warte mal, ich sehe da was. Das ist so eine kahle Stelle. Ne, ich glaube, wir müssen noch ein paar Meter weiter, du. Weiß es nicht. Gerade mal kurz schauen. Also, da müsste ganz viel Stein sein. Auch wieder eine sehr schöne Insel hier. Das heißt, das heißt. Eins weit unten wahrscheinlich. Ja. Ich mache einfach mal gerade stichprobenartig. Wobei, jetzt bin ich zu nah am Rand. Das gilt nicht. Oh nein, Leute. Ja. Warte. Kann ich mich holen? Hallo, hier geblieben. Hier wird nicht abgehauen. Keine Arbeitsverweigerung hier. Bitte zurück in den Körper. So. Ja, danke schön. Das ist ja nett von dir. Oh. Da sind die Steine. Ich glaube eher, dass diese hohe Stelle hier die Mitte sein könnte. Ja, hier der Stein sein. Ja, genau. Okay. So, wenn ich jetzt hier so ein bisschen rüber gehen. Und dann genau hier grabe. Hä? Ich, äh, ich mache es jetzt anders. Ich mache jetzt so ein bisschen, äh, ne? XY-Achsen-Koordinatensystems- Integrationstest. Ja, genau. Also einmal integrieren, dann wieder ableiten und dann bis zu am, an der, ja, da wo du halt sein möchtest, ne? Genau. Oh ja, ich, okay. Das ist das Problem. Ich bin hier völlig falsch. Völlig falsch bin ich hier. Ich bin aber auch lost. Die Serie lost. Ist das ein Gesicht? Hä? Äh? Warte, ich löse das jetzt. Warte, 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 warte. da sind die steins da muss ich 150 meter in die andere richtung nee das ist nicht der stein süden 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 doch das muss hier sein das muss hier sein so und jetzt die mitte davon die mitte davon dürfte ungefähr hier sein ja nicht dann vielleicht noch ein paar meter jünger muss ja eigentlich schon jetzt habe ich eine uhr ausgepackt ich habe irgendwie bin ich an die tasten an meiner maus gekommen norden ach misst ich hätte ein bisschen darüber gemusst also jetzt ich bin ich bin jetzt gerade ein bisschen muss doch hier sein das sind die steine dann ja so das heißt ja es ist ungefähr 55 prozent in die richtung also von der insel 55 prozent nach dem gestein das wäre das und wenn ich dann schätze wo sich der schatz befindet dann befindet er sich hier also auf der insel ja 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 das ist doch das das kapiert nicht das ist mir zu hoch das ist mir so dann ja was sollen wir tun nichts tun also wenn ich mich jetzt hier so drauf befinde dann muss ich zurück da muss ich da hin da muss ich hin hier muss ich hin hier muss ich hin wir haben die ganze insel abgekramen und alle anderen schätze noch mit dabei gefunden ich habe ihn ich habe eine schlange gebeitet ich finde ich habe aber nicht mehr das war mal knapp oder es war knapp oder war schon beim fährmann aber du hast mich natürlich arbeitsverweigerung ist nicht wieder ich sag natürlich arbeitsverweigerung ist nicht wo sind das schiff sagt nicht dass das schiff jetzt ohne uns abgehauen ist weil wir zu lange gebaut haben es ist verrottet krass wie das wieder was das geil der kristall in der sonde geblendet er sag mal wo ist das schiff ist auch mal das war hinten auf der falschen seite das ist das problem ja da hinten ist es ist unten nächste jetzt müssen wir auf jeden fall in die richtung und dann an der schläfe müssen wir graben also wenn es vorne ist wenn man sich jetzt auf die rechte seite rüber ok bin hier richtig krass ja was denn machen machen hey wieso hänge ich hier fest nur ich ein gebrochenes bein habe oder was also mein schatten sagt was anderes er sagt das bein ist noch dran so dann hier schlange hast du es gesehen gehst du mal ins wasser ach so ja ich brennen sehe ich gerade jetzt ist eh zu spät ich war gerade auf schlangen gifft das hat mich ein bisschen irritiert woher komm rein damit alles was nicht hält ich mach mal weiter ich hole glaube mal das schiff ich glaube das lohnt sich ja ich habe die kisten aber erst da vorne hingelegen alle beieinander ja alle auf der spur sage ich mal direkt am felsrand ich habe die fallen lassen das ausprobieren eine sekunde so ok dann lass ich kisten liegen ne also hier ist eine ok da ist noch eine ok alles klar jo komm schon komm schon komm schon das war die erste so ach so ich war ein bisschen zu weit weg kann ich keine elektroschaufel haben die für mich selber schaufeln dann brauche ich mich nicht mehr beugen ja so eine mischung aus aus cyberpunk und sea of thieves wäre auch lustig stell dir vor fliegen autos aber du musst mit dem schiff fahren ich habe mich gerade etwas unruhig geschwimmt dass auf einmal eine klinge aus dem boden kam so dann ist die nächste kiste das war zu früh volltreffer die letzte kiste ist hier vorne an dem durchgang das heißt mit dem schiff ist das untergehen und da liegt sie das ist schon auf dem weg hier rüber noch nicht ich habe mir gerade die kisten ach so wie viele waren das denn drei stück okay ich sammle die kisten mal hier das heißt vier müssten jetzt auf dem schiff sein es wird auch schon dunkel es wird dunkel 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 Weißt du, was ich jetzt mache, bis du da bist? Ähm, wie konnte man das Essen nochmal durchwählen? Oh, 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 nein, 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 nein. Was denn? Bin aufgesessen. Mmh. Achso. Oh, ne, jetzt brauche ich Holz. Scheiße, ich komme wieder mein leckeres Stück Fleisch. Hier muss auch Holz zu finden sein, über dieses ganze Schiff. das ist eine schlange ich dachte dass wir irgendwas wollen auch toll was denn jetzt dreht sich das schiff komplett danke für nichts wie ich höre läuft gut läuft super hier liegt noch eine truhe dann waren es doch frei ist gerade am steuerrad deswegen das icon ich grille mir jetzt mein fleisch laterne ja sauber das ist ja ganz heiß gemacht mit dem grillen liegt auch noch ein bisschen holz das könnte man noch mitnehmen hey geh mir weg von meinem leckeren essen hier geil so ein schönes stück schweinefleisch schön knackig knuspern alles habe ich plündern vergessen ja bei der insel also ja hier ist auch noch was ich habe mir gebratene anderen das meer gibt wahrscheinlich schon ist das gut es ist gut gut dass das gut ist es ist gut ich hatte gedacht du packst da hinten sind fünf stück kriegte dir vorne hin ja ich habe extra so geparkt dass ich die dass es gehen müsste ja papapapapau wolltest du jetzt inzwischen halt machen noch mal am besten schon oder am besten ist es ich glaube wir sind auch relativ weit draußen jetzt wo eventuell irgendwann mal spieler kommen könnten und da kommt ein skelett was uns gerade die kisten klauen will komm mal her du folgen wir mal bitte dann auch folgen wir mal hä wieso hast du nicht ach so ok müsste aber eigentlich auch da gehen wo die vorher standen weiß ich nicht kann das direkt sein wird zwar bevor man nachjustieren muss so ist sicher ja nie also nie ja ok da 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 darauf denn l du 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 Danke. Oh nein, da kommt ein Geister-Schiff. Beeil dich. Hier kommt das Geister- Ich hol die Kisten raus und du schießt weiter. Oder ich schieß und du holst die Kisten. Jo. Scheiße. Hä? Das Ding ist halt, dass sie immer so blenden, ne? Weiß wie ich mein. Ja. Scheiße, das Schiff kommt. Okay, das war wohl zu tief. Hä? Ah, jetzt. Ich mach direkt den Anker rein und wir hauen ab. Warte. Ich guck mal, in welche Richtung. Wir müssen sowieso jetzt ein bisschen fahren. Warum? Weil das nächste ist ein bisschen weg. Da haben wir noch eine Insel dazwischen und machen die Insel doch schnell mit. Komm. Zeig mal. Wo fahren wir denn hin? Höchst um hoch. So, warte mal. Geh nochmal runter. Wir haben unten noch Inseln, oder? Ja. Außenposten. Ne, wir haben bei uns unten aber auch noch Inseln, oder? Weil das müssen wir wieder komplett den Weg zurück. Ne, ne. Da oben sind zwei. Ah ja, dann. Und dann hier rechts. Okay. Das heißt, das nächste wäre jetzt der Außenposten. Außenposten. Okay. Warte, ich guck mal noch den Kurs noch. Ein bisschen nach rechts, aber du fährst eigentlich fast optimal drauf zu. Da ist noch eine Insel zwischendrin im Weg, aber da fährst du einfach außenposten. Da ist so ein Wasser-Tornado. Hm? Wer? Da ist so ein Wasser-Tornado. Rechts von uns. Genau. Ich hab die Kästen mal umplatziert. Wir liegen jetzt alle oben auf dem Mast. Jetzt müssen wir jedes Mal hoch noch. Ne, Quatsch. Aber, äh. Ganz vorne. Ah ja, hast ja gesehen. Ähm. Guckst du mal nochmal? Kurskontrolle, bitte. Ja, geradeaus so, ne. Da kommt noch eine kleine Insel vor uns. Da müssen wir drum herum. Oder durch. Würde auch rein theoretisch gehen. Würde uns aber ausbremsen. Und, äh. Ja, nö. So, komm und fahren, du. Okay, okay. So, fahren wir ein bisschen schneller. Wir müssen eigentlich nochmal so ein Geisterschiff angreifen. Und dann mal gucken, wie stark die jetzt sind, wo wir nur eine Schaluppe haben. Und nicht so ein fettes Ding. Aber nicht mehr so viel schätzen. Ne, ne. Das weiß ich zu schätzen, wenn wir jetzt nicht angegriffen werden. Hahaha. Hahaha. Da fällt mir noch gerade ein Jan Zwischstich. Hahaha. 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 Ich hab da so'n gruseligen Sound gehört, aber dieser Bass gerade. Als würde es zum Lied gehören. Aber ist irgendwas böses im Busch. Im Buschschlüssel. Im Busch, ja. Im Busch. Ja, da müssen wir dran vorbei. Im Busch. folgen. Das ist doch Außenbossen. das hörst du diese melodie ist beunruhigend da ist böses im bus ich singe als beider was ist das für eine markierung da auf dem außenposten der scheierbahn eine missgröse fremder weiß wie man ein weit entferntes land voller schick ach das ist dieser ok wenn man ranzoomt dann werden diese icons zu anderen icons und dann sehen wir was da so ist am besten hält so dass wir direkt hochrennen können zum strandmann wo ist denn er ja weiß warum weiß warum kommt neben segel raus anbremse der strandmann ich glaube der ist da links er warte fahr mal rum oder ne das rum ne fahr um oh god fahrlum fahrlum volumen was denn? die sachen? ja ja die kann man ja man ne ne ne他 ne 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 nicht doch hey wieso jetzt müssen wir voll weit laufen ach so das ist schon wieder das jetzt sind spieler drin oder was das hat sich geräumt so hey das ist komisch oder kann es sein dass jetzt spieler drin sind und vorher nicht was denn gerade die sachen auch verschwunden ja ja aber ich habe hier noch ein paar flaschen post ja ich glaube wir sollten jetzt ja das ist aber ein schiff da vorne ja jetzt ist es auch weg du lass uns jetzt da vorne hinfahren weil wenn wir so weit laufen dann ist auf einmal in irgendein typ hier und dann sehen wir nicht wenn wir bekaut werden ich würde schon direkt vorfahren das ist einfach besser mich meist wahrscheinlich heute wlan technisch um halb eins raus ja dann machen wir jetzt schluss nehmen wir verkaufen das natürlich noch mag zu steuern steuersatz so unser kollege jetzt müssen wir gucken ich glaube er ist in der mitte da hinten ane ich sehen okay wir müssen direkt hier vorne ran fahren hier links fahren direkt links rum direkt vor die insel genau so wir haben willst du fahren da fast ran fahren so eher nicht drauf da war dann mach ich noch gerade oder dem pass passt kommt da kommen das kriegen wir hin lalala 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 jetzt habe ich oben links so eine komische anzeige so komischen balken der ist jetzt wieder verschwunden das schiff ist auch ein bisschen nach vorne gesprungen ich glaube jetzt kommen wirklich spieler rein jetzt habe ich oben links wieder diese komische anzeige als würde da was stehen wollen komisch das schon da ist mit diesem schwertrieb dass man dann nach vorne springt danach ist ein ordentlicher cooldown das auf jeden fall schon ja aber man ist trotzdem deutlich schneller ja bei mir kommt nix komisch warte ich guck mal auf mein geld ob da ob sich da was erhöht oder ob einfach die animation nur kaputt ist okay die animation ist kaputt geld kommt drauf ich glaube sogar den entwicklern ist das bekannt dass man so nach vorne ist leiden kann ich meine damals gesehen zu haben wie macht man das einfach angriff gedrückt halten so und dann ist vielleicht ist du halt voll über das wasser ja ich habe schon gedacht wie machst du das das haben wir doch zu dritt damals entdeckt ja ja weiß ich schon gar nicht mehr ich mache ich dann auch immer ich schlage immer ganz feste zu damit ich schnell nach vorne kommt aber du hast das nicht nur diesen komischen balken oben links immer wieder mal auf taucht oder ich bin mir kommt ja gar nichts ich glaube dass ich habe gar nichts ich glaube der kann immer wenn wir verkaufen oder ja immer wenn wir verkaufen es kann ein bisschen baggi ja ich glaube wirklich das ist gerade zu einer richtigen online station geworden weil bis jetzt haben auch keine spieler gesehen und jetzt kam halt alle zusammen keine ahnung vielleicht auch sie hat schon abgegeben ja ja ich würde auch die lobby mal gewechselt kann ja auch sein weißt du dass jetzt zwei zusammengeführt werden ja ja klar die zusammenfaltung der welten jetzt habe ich eine erfolg bekommen hüte eines grenzen horts 150.000 gold auf seefahrten erhalten seit wann ist das so implementiert dass man auf jetzt auf pc auch so wie xbox games go bekommt ich habe immer gesehen dass ich ne 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 also wirklich eine animation dass dieses dieser sound kommt diese und dann hat das angezeigt wird das war vorher nie drin ich habe das nie bekommen bis jetzt bis in dieses bis in diesem update ich krieg das auch mal auf dem pc also erfolge kriege ich schon erfolge kriege ich schon aber diese animation nicht also wirklich so wie es jetzt war ja vielleicht ist das neu bei dir oder keine ahnung ich glaube ja das ist halt allgemein am pc neu weil das war vorher nie drin also ich hatte schon mal am pc das ist so ähnlich aussah wie bei der xbox ja ich weiß nicht ob es aussieht wie bei der xbox aber das heißt das sieht nicht gleich aus aber halt von vom grund her wie sieht das aus oder sagt das aus was du so kannte das ist von rechts so rein klopft so von der mitte na ja genau vielleicht hatte ich es auch ausgestellt aber dann hätte das spiel das ja wieder selbstständig eingeschaltet das ist so ein quadratisches ding also ja vertrautig praktisch gut so wo müssen wir hin 150.000 180 grad gehen süden nordosten ja aber es ist wieder die eine eine folge die ende it's the end of the world as we know it ja dann was denn es ist wie nur it ja dann will ich sagen vielen dank fürs einschalten wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin tschüss 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 tschüss